Halbrecht Müller von den Nachdenkseiten hat einen Kommentar bezüglich der ziemlich verlogenen deutschen Migrationspolitik geschrieben und den hören wir uns jetzt gemeinsam an. Den Kommentar veröffentlichte er in der Schweizer Weltwoche, aber ich bin hier wie fast immer, wenn ich auf irgendwas von den Nachdenkseiten reagiere, halt auf dem YouTube-Kanal der Nachdenkseiten, weil der hier auch publiziert wurde. Der deutsche Bundeskanzler will Zuwanderer abschieben und gleichzeitig den ärmeren Völkern jene Arbeitskräfte abwerben, die vorher auf Kosten dieser Völker ausgebildet worden sind. Diese Absicht hat er in einem Interview mit dem Spiegel ausführlich und in Variation beschrieben. Hier wird gut sichtbar, wie sehr die gängige Sprache geprägt ist von den Interessen der Wirtschaft. Es ist eine sogenannte Klassensprache. Hören Sie nun den Beitrag für die Schweizer Weltwoche von Halbrecht Müller. Scholz' Diebstahl. Der Bundeskanzler will endlich im großen Stil abschieben. Gleichzeitig will er den ärmeren Völkern jene Arbeitskräfte abwerben, die vorher auf Kosten dieser Völker ausgebildet worden sind. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz gebärdet sich als gelehrsamer Schüler jener Nationen, die gerne auf gut ausgebildete Arbeitskräfte anderer Völker zurückgreifen. Der Schweiz und der USA zum Beispiel. Er hat gerade dem Spiegel ein langes Interview gegeben, das im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt ist. Darin kommen einige interessante Aussagen vor. Wir werden sie an dieser Stelle nacheinander zitieren und im Anschluss kommentieren. Die Schweiz, das muss man dazu sagen, profitiert sehr stark von der Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Europäischen Union. Es sorgt dafür, dass viele Ausländer in die Schweiz kommen, dort arbeiten und so das dortige Lohnniveau noch einmal drücken. Die nominalen Löhne steigen in der Schweiz wirklich extrem schwach. Also wir haben dort auch eine extrem geringe Inflation, weil es dort nicht zu bedeutsamen, zumindest nicht zu bedeutsamen nominalen Lohnsteigerungen kommt. Zitate aus dem Spiegel, Ausgabe 43 aus dem Jahr 2023. Interview des Spiegel mit Olaf Scholz. Es ist unsere Aufgabe, die Migration zu regeln. Ich bin mir sicher, dass die Bundesregierung in dieser Frage eng zusammensteht. Wir alle wissen, was jetzt zu tun ist. Und es ist meine Aufgabe als Kanzler, dafür zu sorgen, dass wir nicht zögern. Wichtig ist, unsere Politik ist nicht vom Ressentiment getragen. Wir müssen hart sein, wenn jemand keinen Anspruch hat, zu bleiben. Wir müssen zugleich offen und modern sein, weil wir Arbeitskräfte aus anderen Ländern bei uns brauchen. Ein weiteres. Ja, genau das ist es. Ihr habt es gerade gehört. Also den ersten Teil, dem würde ich jetzt gar nicht mal nicht zustimmen, denn das Asylrecht ist halt für die Menschen da, die politisch verfolgt sind. Wer halt keinen Anspruch darauf hat, der hat halt keinen Anspruch darauf. Das ist halt so in einem Rechtsstaat. Aber das andere, wir müssen möglichst viele billige Arbeitskräfte importieren, damit unsere Wirtschaft möglichst geringe Löhne zahlt. Das ist genau das Gegenteil von einer vernünftigen Migrationspolitik. Sondern ganz im Gegenteil, wir haben in Deutschland zweieinhalb Millionen Arbeitslose. Die sollte man erstmal in Beschäftigung bringen, bevor man noch weitere Wirtschaftsmigranten importiert. Zudem, zumal diese zweieinhalb Millionen ja nicht alle Arbeitslosen sind. Dazu kommt noch eine stille Reserve. Dazu kommen noch Menschen, die nicht mal da mitgezählt werden. Das heißt, wir haben weit über drei Millionen in Wahrheit wirklich Arbeitslose, die eigentlich arbeiten könnten, die dies aber nicht tun. Also wir haben noch viel, viel mehr Arbeitslose, die man eigentlich in Beschäftigung bringen könnte, weil diese offiziellen Arbeitslosenzahlen ja sowieso schon so stark schön gerechnet werden. Habt ihr es gerade gehört? Es wird mehr Zuwanderung brauchen, aber bitte nicht Menschen aus Ländern, die unsere Wirtschaft nicht gebrauchen können. Also das ist jetzt die Maxime. Also wir wollen schon Leute, die, keine Ahnung, Handwerker werden oder Pflegekräfte, aber auch nur die. Also die Zuwanderung soll sogar noch erhöht werden. Und die Zuwanderung, die war die letzten zehn Jahre unter Merkel immer relativ hoch. Es sind jedes Jahr mehrere hunderttausend Menschen mehr nach Deutschland gekommen, als sie abgewandert sind. ...haben wir gute Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Talente und Fachkräfte aus dem Ausland zu uns kommen, die wir hier gut gebrauchen können. Zitat Ende. Und der Spiegel fragt weiter, Menschen sollen nach ihrer Nützlichkeit für Deutschland ausgewählt werden. Ja, exakt, das ist der Plan. Wer das bislang ausgesprochen hat, bekam von SPD und Grünen zu hören, das sei unmenschlich. Scholz antwortet darauf, Ja, was heißt unmenschlich? Es ist gegenüber den Ländern, die diese Menschen erstmal ausbilden, keine gute Politik. Also wir sehen ja in Osteuropa, dass da die Arbeitsmärkte regelrecht leergefegt wurden. Und zwar nicht dadurch, dass die Wirtschaften dort gewachsen sind und sie Arbeitskräfte nachgefragt hätten, sondern dass alle jung, gut ausgebildeten Menschen ins Ausland abgehauen sind. Also wir sehen, dass die Zahl an arbeitsfähigen Menschen in Rumänien, Bulgarien, in den baltischen Staaten um 20, teils 30 Prozent gefallen ist seit dem Ende des Kalten Krieges. Das ist keine vernünftige Entwicklung. So veröden diese Regionen doch dauerhaft. So entfällt werden diese Regionen dauerhaft. Das ist doch keine vernünftige Politik. Offen, natürlich haben wir als Staat das Recht zu definieren, wen wir hier aufnehmen wollen. Dringend benötigte Fachkräfte und Talente zum Beispiel. Nein, wir brauchen Fachkräfte, aber die müssen wir selber ausbilden. Wir haben nämlich eigene Arbeitslose, die eben nicht in Beschäftigung kommen. Zumal es auch nicht in allen Regionen Deutschlands und nicht in allen Bereichen einen so schlimmen Fachkräftemangel gibt, wie uns erzählt wird. Es gibt in einigen Bereichen, vielleicht im Handwerk, einen Mangel an Arbeitskräften. Das liegt eben daran, dass die Löhne dort zu niedrig sind. Und auch kein junger Mensch hingehen will, wenn die Arbeitsbedingungen und die Löhne so schlecht sind. Was völlig logisch ist. Da müssen dort die Löhne deutlich steigen. Dann muss es attraktiver werden, in diesem Bereich zu gehen. Oder nehmen wir mal die Pflege. Also wir hätten rund eine halbe Million Vollzeitequivalente. Ich hatte die Zahl hier mal im Wirtschaftstalk zitiert. Das sind 300.000 bis 600.000 Vollzeitequivalente, die wir dort zusätzlich hätten, wenn dort die Löhne steigen würden und die Arbeitsbedingungen sich verbesserten. Also es gibt nämlich viele Pflegekräfte, die nur in Teilzeit beschäftigt sind. Oder fertig ausgebildete Pflegekräfte, die heute einen anderen Job machen, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht waren. Oder weil die Löhne halt zu niedrig waren. Also es gibt sehr, sehr viele Pflegekräfte, die man halt in diesen Job zurücklocken könnte. Beziehungsweise die länger arbeiten würden, wenn die Bedingungen nicht so schlecht wären. Und davon unberührt bleibt das Recht, all jenen Schutz zu bieten, die vor politischer Verfolgung flüchten, die vor Krieg und dem Tod... Okay, das ja sowieso. Also das Asylrecht will, glaube ich, keiner abschaffen. ... davonlaufen. Das Grundrecht auf Asyl ergibt sich aus der deutschen Geschichte. Zitat Ende. Weiter vorne liest man im Text schon die Frage des Spiegel. Muss Deutschland stärker darauf... Da spricht Scholz tatsächlich einen richtigen Punkt an, als in Deutschland die Juden verfolgt wurden. Da wollten viele Länder in der Welt die nicht aufnehmen. Das war ein riesiges Problem, dass die Juden eben keine Länder gefunden haben, wo sie hinfliehen konnten. Dass sie eben riesige Weltreise antreten mussten, um überhaupt irgendwo hinzukommen. zu achten, wer hierher kommt und bleiben darf. Scholz, das tun wir längst. Wir werden aber jetzt noch genauer unterscheiden. Einerseits geht es um die Zuwanderung von Arbeitskräften, die wir brauchen. Und es geht um... Nein, brauchen wir nicht. Wir haben zweieinhalb Millionen offiziell Arbeitslose. Dazu kommen noch wesentlich mehr Menschen, die tatsächlich arbeitslos sind, beziehungsweise die unterbeschäftigt sind. Also die Unterbeschäftigung ist ja noch mal wesentlich höher als die Arbeitslosigkeit. Also... Also es gibt eine riesige Zahl an Menschen, die noch zusätzliche Arbeit machen könnten, wenn dort die Bedingungen... wenn die Bedingungen bessere wären. ...jene, die Asyl suchen, etwa weil sie politisch verfolgt werden. Andererseits heißt das aber, wer weder zu der einen noch zu der anderen Gruppe gehört, kann... Wie gesagt, die andere Gruppe, also die, die nur wegen der Arbeit hierher kommen, die muss deutlich, deutlich reduziert werden. Also in der EU, okay, da haben wir Arbeitnehmerfreizügigkeit, die werden wir auch nicht abschaffen, aber wofür brauchen wir Arbeitsmigration? Die Menschen müssen da bleiben und ihre Länder aufbauen erst. Es sollte wirklich nur unter sehr konkreten Bedingungen, unter sehr strengen Bedingungen möglich sein. Nicht bei uns bleiben. Deshalb begrenzen wir die irreguläre Migration nach Deutschland. Es kommen zu viele. Zitat Ende. Vermutlich werden viele Spiegelleserinnen und Leser das Interview und insbesondere auch die zitierten und sich übrigens wiederholenden Aussagen mit Zustimmung und Kopfnicken zur Kenntnis. So, als wäre das ein lange vorbereiteter Kurswechsel, rhetorischer Kurswechsel, um halt der AfD Stimme abzugraben. Als wäre das so eine rein rhetorische Kehrtwende. Da präsentiert sich ein Bundeskanzler, der unsere Interessen vertritt. Ich will trotzdem versuchen, diese Aussagen von Olaf Scholz zu hinterfragen. Die Kernaussage ist ja, wer nützlich ist als Arbeitskraft, darf kommen. Die Zuwanderung von Arbeitskräften, die wir brauchen, soll möglich sein und durchaus verstärkt möglich sein. Das lese ich jedenfalls aus dem Text. Die wir brauchen, das klingt ja so, als wären wir alle Personalchefs oder Unternehmer. So ist das aber nicht. Unter uns gibt es viele abhängig arbeitende Arbeiter und Angestellte. Wir stehen prinzipiell in Konkurrenz. 99% der Bevölkerung leben von Lohn- oder Transfereinkommen. 1% lebt von Kapitalerträgen. Das ist das Verhältnis, was, also hauptsächlich, es gibt natürlich auch nur kleine Optionäre, aber die haben meistens auch selbstverständlich eine Arbeit, die wesentlich wichtiger ist als ihr mini kleines Aktiendepot. Also wirklich, das sind die Größenverhältnisse. 1% Kapitalerträge, 99% Lohn- und Transfereinkommen. Manche dieser Betroffenen mögen das ja so sehen. Auch sie sind Opfer der allgemeinen Stimmungsmache. Und diese Stimmungsmache ist eindeutig geprägt von jenen, die Arbeitskräfte nachfragen, also von der Wirtschaft. Und sie ist nicht geprägt von jenen, die ihre Arbeitskraft anbieten, also den hier lebenden und arbeitenden und lohnabhängigen Menschen. Die gängige Sprache ist eine Klassensprache. Selbstverständlich werden aus Sicht von Gewerbebetrieben und Unternehmen und ihren Personalchefs Menschen gebraucht, damit kein größerer und wachsender Druck in Richtung Lohnsteigerungen aufgebaut wird. Die Wirtschaft braucht Zuwanderer, um die Entwicklung der Löhne nach oben im Zaum zu halten. Das ist klar und unbestreitbar. Und Olaf Scholz ist ihr Bundeskanzler. Der Kanzler mit dem SPD-Parteibuch als Lohndrücker. Das ist schon eine sehr interessante Botschaft. Er will den ärmeren Völkern jene Leute abwerben, die vorher auf Kosten dieser Völker ausgebildet worden sind. Im normalen Leben nennt man sowas. Wie gesagt, in der Realität kommen die Menschen ja nicht aus wirklich jungen, schnell wachsenden Gesellschaften aus Afrika, sondern in der Realität kommen die Leute hauptsächlich aus Osteuropa. Also aus Ländern, die eine noch katastrophalere Demografie haben als wir. Also so sieht die Realität aus. Wir werben Ländern, die noch schneller vergreisen, als wir es tun, ihre Jugend ab. Das ist die aktuelle deutsche Politik. Und diese Länder, die machen sich da wiederum vollständig abhängig von ein paar Direktinvestitionen westlicher Konzerne und von Transferzahlungen aus Brüssel. Das heißt, das ist dieses neue Europa, was wir bauen hier in Westeuropa. Hier floriert die Industrie noch einigermaßen, weil wir billige Arbeitskräfte aus Osteuropa abziehen. Und dort haben wir komplett verödete, entvölkerte Landschaften, die ja nur nicht deswegen vollkommen entvölkern und veröden, weil die EU noch einen Transferalmosen springen lässt. Das ist das zukünftige Vereinte Europa, auf was wir zuslittern. Und so etwas kann nicht dauerhaft gut gehen. Also diese komplett entvölkerten Regionen, die werden dann gedemütigt, die sind dann komplett abhängig von Transferzahlungen. Und bei uns hier, da beschweren sich die Leute, dass sie halt Transfers bezahlen müssen. Am Ende sind beide Seiten unzufrieden und am Ende profitiert davon vielleicht die Industrie in Westeuropa, die großen Konzerne in Westeuropa, obwohl die Industrie wandert jetzt durch die steigenden Energiepreise auch noch ab. Also es ist überall eine einzige Katastrophe. Ja, das ist die deutsche Politik. Diebstahl. Selbstverständlich sind der deutsche Bundeskanzler und die beiden ihn interviewenden Spiegel-Redakteure ganz und gar nicht alleine. Sie bilden die Mitte unserer Gesellschaft ab. So gesehen ist Olaf Scholz schon das passende Sprachrohr unseres Volkes. Anzumerken ist noch, und damit komme ich auf die Überschrift zu sprechen, das Neudeutschland des Olaf Scholz ist wahrlich nicht alleine auf der Welt. Andere Länder, beispielsweise die eingangs erwähnte Schweiz, dann jahrzehntelang, fast schon jahrhundertelang die USA, betreiben dieses Geschäft in großem Stil. Ihr besonderer Wohlstand gründet auch auf der Zuwanderung von Fachkräften. Und wir in Westdeutschland haben viele, viele Jahre davon gezehrt, dass Gastarbeiter aus den südlichen Ländern Ich könnte jetzt sagen, wir haben den USA auch bis in die 1860er Jahre zumindest auf der Zuwanderung von, ja, keine Fachkräften, sondern aufgrund der Zuwanderung von Sklaven. Und gut ausgebildete Brüder und Schwestern aus der DDR in den Westen kamen. Quellenangaben und weiterführende Verletzungen. Ja, das war die Bundesrepublik, also muss ich gerade an Volker Pispas Kommentare zur DDR denken. Ich habe sie gerade leider nicht mehr wortwörtlich im Kopf, aber hier hat Albrecht Müller definitiv einen Punkt. Und jetzt saugen wir wirklich die Arbeitsmärkte in Osteuropa leer. Das ist aktuell die Politik. Das hat Albrecht Müller hier zum Schluss nur ganz kurz kommentiert. Er hat sich ja vor allem auf die Situation innerhalb Deutschlands beschränkt, also dass dann die Löhne gedrückt werden. Und das ist natürlich auch das Ziel einer solchen Politik. Also in diesem Sinne, schaut gerne beim Kanal der Jagdding-Seiten vorbei. Schaut euch gerne den Artikel von Albrecht Müller an. Das war jetzt wieder ein sehr guter Kommentar, wie ich finde. Ja, Deutschlands Migrationspolitik ist absolut verlogen. Wir vertreten die Interessen unserer großen Konzerne, aber nicht die Interessen der normalen Leute in diesem Land. Und nein, wir brauchen keine höhere Arbeitsmigration. Das andere, wer recht auf Asyl hat, wer politisch verfolgt wird. Keine Ahnung, Edward Snowden beispielsweise oder Julian Assange. Die sollten, wenn sie es nach Deutschland schaffen, sofort Asyl kriegen. Von mir aus auch ein Nawalny. Also die können von mir aus sofort Asyl haben. Aber ja, wer hier arbeiten möchte, für den sollten dann andere Regeln gelten. Denn wir brauchen keine unbegrenzte hohe Arbeitsmigration, weil das halt hauptsächlich die Löhne drückt. So funktioniert nun mal unser ökonomisches System. In diesem Sinne, schaut gerne bei den Nachdenkseiten vorbei. Wieder guter Kommentar von Albrecht Müller. Ciao.